Es ist ein Missverständnis, was wir oft haben. Wir denken, wenn wir über die Zukunft nachrübeln, dann würden wir tatsächlich produktiv etwas leisten. Hey, ich hoffe, dir geht's super. Ich möchte dir heute gerne ein paar Strategien an die Hand geben, wie du mit Sorge umgehen kannst. Es ist so ein Thema, was ich bei vielen Menschen sehe, auch insbesondere bei uns, bei Soul of Yoga, Menschen, die zu uns kommen, die auch vielleicht für Coaching interessieren. Eine der größten Challenges für viele Menschen ist das geistige Wille in ihrem Kopf, die Gedanken und nicht die Fähigkeit zu haben, die Gedanken zu kontrollieren und in diesem mentalen Chaos sich zurechtzufinden. Dass die Gedanken ständig sich abspielen und dir deine Energie zu rauben. Und ich denke, es ist super hilfreich, dieses Thema zu meistern, weil nur wenn wir entspannt sind und einen Rundentspannungszustand erreichen, können wir erst richtig in dem Leben spielen und in das Leben hineingehen. Weil wenn uns unsere eigenen Gedanken ständig die eigene Energie rauben, haben wir überhaupt keine Energie, mit der Welt zu interagieren, in die Welt zu gehen, zu spielen oder etwas zu kreieren. Deswegen möchte ich in diesem Video gerne zwei, drei Strategien ansprechen, die mir persönlich und vielen Menschen, die ich kenne, sehr geholfen haben. Die erste Strategie ist, ja, sich erstmal mit der Realität zu verbinden, weil ich denke, ein ganz großer Teil unseres Sorgenmachens, in das wir gewohnheitsmäßig involviert sind oder uns reinziehen lassen, ist einfach nur deshalb, weil wir den Bezug zur Realität verloren haben und in einer Illusion leben. Stell dir vor, du würdest von einem, stell dir vor, du machst dir gerade Sorgen, was morgen passiert, ja. Vielleicht machst du dir Sorgen, weil du ein schwieriges Gespräch hast. Vielleicht musst du eine Präsentation halten, du bist nervös, was auch immer und du gehst in deinem Kopf ständig durch dieses Szenario durch und es zieht dich mental herunter. Stell dir vor, du würdest jetzt von einem Felsen am Abgrund stehen und herunterfallen. Und wie du so herunterfliegst, nach unten, hunderte Meter, Kilometer, fliegst du, fliegst du und du hast noch Zeit, dir bewusst zu machen, dass du gerade auf dem Weg bist, dort am Boden anzukommen und das Ganze dort dein Ende, sein Ende finden wird und du bist auch noch dir bewusst, du wirst nicht bewusstlos, sondern du wirst in den letzten Minuten, die du so herunterfliegst, einfach bewusst sein, dass du jetzt, dass dein Leben in der Form, wie du es kennst, zu Ende gehen wird. Würdest du dir dann noch Sorgen machen, was morgen passiert? Nein, natürlich wirst du dir wahrscheinlich Sorgen machen, was in den nächsten Minuten passiert, aber der Punkt ist, du könntest dir nicht weniger, dich nicht weniger darum kümmern, was potenziell ansonsten nebenbei noch gerade passiert, weil dieses Szenario, die Tatsache, dass du unser physisches Leben zu Ende kommst, ist so, so viel größer als alles andere, was in der Zwischenzeit passieren könnte. Und wenn du jetzt mal dir dieses Beispiel vornimmst, jetzt klingt das so aus der Nase gezogen, aus den Haaren herbeigezogen, aber die Realität ist, dass wir alle eigentlich, unser gesamtes Leben, in diesem Abflug sind. Abflug im Sinne von, unser physischer Körper ist seit dem ersten Tag unserer Geburt, ja, geht er direkt auf das Grab zu. Und wenn wir Glück haben, haben wir vielleicht 80 Jahre, 90 Jahre, 100 vielleicht sogar. Viele Menschen haben auch weniger. Und das heißt, wir sind, du kannst dir vorstellen, wie du fliegst herunter, ich habe dieses Beispiel von Eckhart Tolle aufgegriffen, habe es in einem seiner Talks gehört. Es ist wie, wenn du 80 Jahre nach unten fliegst, du wirst definitiv unten ankommen. Und die Frage ist vielleicht, ob es ein Jahr früher oder später ist. Das heißt, wenn wir uns dieser Realität nicht bewusst sind, dann können wir uns ganz, ganz viele Gedanken über andere Sachen machen, die eigentlich nebensächlich sind. Wenn uns das bewusst wird, dann wird allerdings das Leben sehr, sehr viel wertvoller sein. Und wir würden auch nicht sehr gerne unsere Zeit damit vergeuden, über Zukunftsszenarien uns Gedanken zu machen, weil jeder Moment so viel kostbarer ist. Und das bringt mich auch gleich auf die zweite Strategie zu, nämlich deinen Geist, jedes Mal, wenn du merkst, es in die Zukunft geht oder in die Vergangenheit geht, zurückzuholen auf diesen Moment. Ein Moment wird von Wissenschaftlern so als ein Zeitfenster von drei, vier Sekunden meist definiert. Und desto kleiner du deine Zeitblöcke machst, desto weniger Potenzial hast du, dir Sorgen zu machen. Wenn du dir heute Gedanken machst über alles, was in den nächsten zehn Jahren passieren könnte, über alle Risiken, dann wirst du danach dich sehr, sehr schwer fühlen. Wenn du allerdings deinen Fokus reduzierst und schaust, was ist jetzt gerade, was ist heute gerade oder was ist jetzt in diesem Moment gerade, dann wirst du merken, dass in den meisten Fällen nicht sehr viel falsch ist, fundamental. Und das Vieh von dem, was eigentlich falsch gehen könnte, sich auf die Zukunft bezieht. Und wenn du das weißt, dann kannst du einfach, wenn du siehst vor allem, dass es ein mentaler Mechanismus ist, dass wir in die Zukunft gehen und oft ist es so, wie wir fühlen, so denken wir, ja. Also die Tatsache, dass wir sorgenvolle Gedanken haben, bedeutet oft, dass wir in einer Energie uns befinden, in einer Emotion, die Sorge ist und die Gedanken spiegeln uns das wieder. Das heißt, du kannst zum einen dich komplett aus, mit deinem Fokus von deinen Gedanken abziehen und stattdessen deinen Fokus auf deine Energie ziehen, in dich hineinfühlen, was fühle ich gerade und versuchen, diese Energieblockade durch deine Aufmerksamkeit aufzulösen, indem du sagst, hey, wie kann ich mich wieder öffnen? Ja, da gibt es Techniken dazu, wie du dein Herz öffnen kannst, damit du wieder dich verbunden fühlst und nicht dich getrennt fühlst. Das zweite ist, es ist ein Missverständnis, was wir oft haben. Ja, wir denken, wenn wir über die Zukunft nachrübeln, dann würden wir tatsächlich produktiv etwas leisten im Sinne von, wir würden einen Beitrag leisten dazu, dass die Zukunft besser aussieht. In den meisten Fällen ist das nicht der Fall. In den meisten Fällen ist dieses Herumgrübeln nicht wirklich produktiv und es ist fundamental anders von tatsächlich etwas zu tun. Es gibt ein sehr schlaues Framework. Das Framework sieht so aus. Wenn du dir Sorgen über etwas machst und du denkst dir, es passiert morgen etwas, dann hast du zwei Möglichkeiten. Kannst du etwas tun? Ja. Dann macht es, das heißt, es lohnt sich nicht, sich Sorgen zu machen. Kannst du nichts tun dagegen? Dann kannst du nichts tun, es lohnt sich nicht, sich Sorgen zu machen. Das heißt, das Sorgen machen macht in keinem aller möglichen Zukunftsszenarien Sinn. Weil entweder du kannst was tun oder nichts und in beiden Fällen macht es keinen Sinn, sich Sorgen zu machen. Das heißt, dich immer wieder daran zu erinnern, dass das Ganze nur ein mentaler Autopilot-Mechanismus ist, der sich abspielt und immer wieder zu erkennen, Moment, ich bin wieder im Mechanismus. Das ist schon 70 bis 80 Prozent der Arbeit, indem du das Muster erkennst, mit deiner Aufmerksamkeit wahrnimmst, dass du im Muster bist und dich wieder zurückbringst. Das bemerken to notice ist 70 bis 80 Prozent der Arbeit. Weil wenn wir merken, das, was wir tun, ist nicht gut, dann fällt es uns super einfach, das aufzuhören. Wenn ich zwei Stunden mit einem schrägen Hals da sitze und merke irgendwann, mir tut der Hals wir und ich merke, hey, ich sitze hier falsch, dann ist es kein Problem für mich, mich wieder normal hinzusetzen. sobald ich das bemerke, ist es super einfach, das zu korrigieren. Wenn ich das nicht bemerke, dass ich hier falsch sitze, dann habe ich Schwierigkeiten, das zu korrigieren. Wenn wir bemerken, dass wir uns in diesen Mechanismus hineinziehen lassen, ist es super einfach, es sein zu lassen. Und dann ist es am Ende einfach nur ein Spiel von bemerken und beobachten. Mich würde interessieren, wie gehst du mit Sorge um? Was spielt sie in deinem Leben für eine Rolle? Und gerne gib mir Feedback, wie dir diese Tipps vielleicht helfen. Ich würde mich freuen, wenn du Lust hast, zu schauen, wie du in deinem Leben diese Strategien besser anwenden kannst in genau deiner Situation. Kannst du dich gerne bei uns melden und einen kostenfreien Kennenlerngespräch vereinbaren, in dem wir uns ein bisschen deine Situation anschauen können und schauen können, ob wir dich vielleicht auf diesem Weg unterstützen können. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal. Ganz liebe Grüße. Ciao. currently, bis zum nächsten Mal. Ciao. Pass islands tape. �